Herzlich willkommen zur Asklepios-Informationssendung. Keine Krebsart kommt bei Männern häufiger vor als das Prostatakarzinom. Und früher haben Ärzte die Prostata, um den Krebs zu bekämpfen, komplett entfernt. Aber mittlerweile muss das so nicht mehr sein. Man kann die Haifu-Technik verwenden, eine schonendere Methode, die eigentlich eine Ultraschallbehandlung gleichkommt. Und über die sprechen wir heute. Bei mir ist Dr. Dietrich Pfeiffer, er ist Oberarzt der Urologie an der Asklepios-Klinik Barmbeck. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sagen Sie uns noch einmal Haifu, was heißt das eigentlich? Haifu bedeutet hochintensiver fokussierter Ultraschall. Und Haifu wird eingesetzt zur Behandlung des Prostatakarzinoms. Und wie geht das? Das ist im Prinzip eine Ultraschalltherapie, bei der das Prostatagewebe erhitzt wird, und zwar auf Temperaturen von 85 bis 100 Grad und so den Krebs zum Absterben bringt. Die Behandlung wird vom Enddarm her durchgeführt. Direkt vor dem Enddarm sitzt die Prostata und von dem Ultraschallstab, der da eingeführt wird, werden Ultraschallwellen ausgesandt. Die überspringen die Darmwand, jede einzelne Ultraschallwelle ist harmlos, aber da in der Tiefe, wo sich diese Wellen bündeln, werden Temperaturen eben von 85 bis 100 Grad erzeugt und zerstören das Gewebe. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man sich die Prostata vorstellt, dass unter Umständen der Krebs ja gar nicht die gesamte Prostata umfasst. Wie trifft man den? Wie kriegt man das hin, dass man nicht zu viel oder zu wenig von der Prostata entfernt, auf die Art? Es hängt davon ab, was man erzielen will. Es gibt verschiedene Methoden. Das eine ist die sogenannte Ganzdrüsentherapie. Dabei wird das gesamte Prostata-Gewebe zerstört. Neuerdings bemüht man sich aber, die Behandlung einzugrenzen und nur die Stellen der Prostata zu behandeln, die ausweislich der Stanzbiopsie, die immer vorausgehen muss, Tumor befallen sind. Das nennt man die Fokaltherapie. Wie klein sind denn dann die Punkte, die man da treffen kann? Bei der Fokaltherapie ist man variabel in der Behandlungsausdehnung. Das geht von einigen wenigen Millimetern bis zu Zentimetern. Je nachdem, wie zum Beispiel auch in der Kernspintomographie, die man voranschicken kann, wie groß der Tumor da ist. Und da werden Tumoren schon ab 0,5 Zentimetern entdeckt. Das heißt also, die Prostata selbst, wie groß stellen wir uns die vor? Die hat ein Volumen von ungefähr 20 Kubikzentimetern. Normal, aber das geht dann weiter nach oben. Und mit dem Alter gibt es auch stark vergrößerte Drüsen von über 100 Kubikzentimetern. Je nachdem, wie groß die Drüse ist, wird man eine verschiedene Behandlungsformen wählen. Ja, dann könnte man also auch innerhalb der Prostata, der Drüse mehrere Punkte behandeln, ohne dass die zusammenhängen müssen, wenn ich sie dann richtig verstehe sogar. Ja, man kann das MRT-gestützt machen, also durch die Kernstomographie vorbereitet, kann man gezielt die Stellen, die sich im MRT dargestellt haben, auf den Ultraschallbildschirm projizieren und dann gezielt die Behandlung an diesen Stellen, die im MRT als auffällig sich dargestellt haben, behandeln. Ja, wenn ich daran denke, wie früher Prostatakrebs behandelt werden musste, kann man das denn so sagen, dass das schon so eine kleine Revolution ist? Das ist eine Revolution. Wenn wir wieder gerade sprechen. Ja, das ist eine Revolution. Aus urologischer Sicht würde man sagen, das Standardverfahren ist die radikale Prostatektomie lange Zeit gewesen, das heißt die Totalentfernung der Prostata und auch der Lymphdrüsen. Dann, als Alternative gibt es auch schon sehr lange die externe Strahlentherapie, die über den längeren Zeitraum mit immer stärkeren Dosen durchgeführt wurde. Dann gibt es bei kleinen begrenzten Tumoren als Alternative auch die sogenannte Brachytherapie, bei der zum Beispiel radioaktive Stäbchen in die Prostata eingepflanzt werden. Also es gibt eine Vielzahl von Verfahren und der Ultraschall stellt eben eine Methode dar, die unblutig ist, die nicht mit einem Schnitt verbunden ist, die mit einer kurzen Behandlungsdauer verbunden ist, aber in Narkose durchgeführt wird und von uns eigentlich als direkte Alternative zu den bisherigen Behandlungsverfahren angesehen wird, sofern der Tumor nicht nur lokal begrenzt ist, sondern auch noch weniger ausgebreitet ist. Ja, diese neue Haifu-Methode, also die, die noch zielgerichteter innerhalb der Prostata-Drüse eingesetzt werden kann, wird die nur in Ihrer Klinik gemacht? Die neue Methode wird in Hamburg in unserer Klinik gemacht und auch von einer anderen Klinik. Unsere Klinik ist aber gleichzeitig Teil eines Verbundkonzeptes, bei der diese Methode deutschlandweit in verschiedenen Kliniken durchgeführt wird. Eines Verbundkonzeptes, das heißt dann, wer bringt dann den Umgang mit dieser neuen Maschine den Ärzten bei? Das wird wohl in wesentlicher Weise von uns ausgehen. Wir sind sozusagen die Trainer, weil wir auch die meiste Erfahrung haben. Wir machen diese Behandlung seit dem Jahr 2002 und haben über 500 Behandlungen bereits durchgeführt. Könnten Sie uns das mit dem Verbundkonzept noch einmal genauer erklären? Ja, das ist ein ganz neuartiges Konzept, dass sich eben mehrere Kliniken deutschlandweit zusammengefunden haben, die ein Gerät gemeinsam nutzen, wobei sozusagen die Federführung hier in Hamburg bei unserer Klinik liegt. Wir würden also die Patienten, die Interesse an der Haifu-Therapie haben, hier in Hamburg auch behandeln oder auch vor Ort gehen, um die Behandlung an einer anderen Hamburger Klinik durchzuführen. Wenn eine der Kliniken außerhalb Interesse an der Behandlung hat, würden wir uns anbieten, die Kollegen hier in Hamburg vor Ort zu schulen und das Gerät dann von uns aus in die entsprechende Klinik zu schicken. Ja, dann bitte beschreiben Sie mir doch noch einmal, wie das dann vonstatten geht, also dieser Einsatz des Ultraschalls. Was heißt das für den Patienten? Der wird also in den OP gefahren? Der Patient wird in den OP gefahren, er kriegt eine Vor-Narkose, man kann es auch in Rückenmarksbetäubung machen. Er liegt dann bequem auf einem Tisch. Dann wird ein Ultraschallstab in den Enddarm eingeführt. Die Prostata wird mit dem Ultraschall zunächst mal sichtbar gemacht. Dann wird eine Behandlungsplanung durchgeführt, bei der die Behandlungsgrenzen dreidimensional genau fixiert werden. Und dann wird, drückt man auf den Knopf, und dieses Gerät, der Behandlungsroboter, fährt dieses vorgeplante Areal millimetergenau mit einer Toleranz von plus minus einem Millimeter ab und zerstört das Gewebe. Worauf müssen Sie dabei achten bei dem Patienten? Ich muss natürlich darauf achten, und das kann ich auch direkt während der Behandlung sehen, dass der Ultraschallfokus immer im Bereich der Drüse bleibt. Und dass keine Bewegungen auftreten zum Beispiel. Der Patient muss absolut ruhig liegen. Das ist eben am besten gewährleistet durch eine Vollnarkose. Was kann denn dann passieren, wenn Sie mit dem Strahl daneben zielen? Wenn man mit dem Strahl daneben zielen würde, liefe man natürlich Gefahr, dass man sozusagen die Hitze an eine Stelle bringt, die man möglichst nicht berühren sollte. Das ist der Enddarm. Das würde zu einem Loch im Darm führen. Das ist aber eine Komplikation, die ist extrem selten und liegt deutlich unter einem Prozent. Das heißt ja, es war ja früher bei der Haifu so, dass man dann, glaube ich, auch aufpassen musste, nicht zu nah an die Wand der Drüse zu geraten. Nein, das war nicht das Problem. War nicht das Problem. Das heißt, insofern hat man damit auch nicht einen neuen Vorteil jetzt gewonnen, durch diese noch zielsicherere Apparatur, die Sie jetzt mittlerweile einsetzen. Ja, nur man muss natürlich sehen, dass auch diese minimalinvasiven Eingriffe, zu denen zählt ja die Haifu, auch diese minimalinvasiven Eingriffe Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen können durch diese punktuelle Behandlung weiter minimiert werden. Dazu gehört zum Beispiel die Erektile Dysfunktion. Das heißt, dass nach der Behandlung die Versteifung des Penis nicht mehr klappt. Das ist mit dieser neueren, fokalen Therapie deutlich seltener der Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es anschließend noch genauso gut klappt, wie vor der Behandlung, liegt bei ungefähr 80 Prozent. Es klingt ja alles zu schön, um wahr zu sein. Gibt es denn auch Patienten, für die die Haifu ungeeignet ist? Die Haifu ist am besten, wenn sie frühzeitig eingesetzt wird. Das heißt, wenn der Tumor noch nicht weit fortgeschritten ist. Also wenn der Tumor die gesamte Drüse umfasst oder sogar über die Organgrenzen hinausgeht oder sogar die Lymphknoten befallen hat, dann ist das nichts für Haifu. Haifu ist eine strikt lokale Therapie, die sich nur auf die Prostata konzentriert. Und wenn der Tumor nur einzelne Stellen der Prostata befallen hat, dann sind die Heilungschancen bei über 90 Prozent auf 5 bis 10 Jahre betrachtet. Ich habe einmal gehört, dass es schwierig ist, wenn die Prostata vergrößert ist, Haifu einzusetzen. Stimmt das so oder ist das... Es gibt ein physikalisches Prinzip, das muss man beachten. Das ist die begrenzte Eindringtiefe des Ultraschalls in biologisches Gewebe. Die Eindringtiefe liegt bei 3 Zentimetern. Wenn die Prostata stark vergrößert ist, dann ist sie auch höher als normal, breiter als normal. Um dann praktisch, wenn man die gesamte Prostata behandeln will, alle Areale zu erreichen, muss man zu einem Kunstgriff greifen und würde dann die Haifu kombinieren mit einer sogenannten TORP, das heißt der Ausschälung der Prostata. Dadurch kann man die sozusagen die weiter vom Enddarm abstehenden Teile der Prostata vorher entfernen und kann dann mit dem Ultraschall zuverlässig das verbliebene Restgewebe innerhalb der Prostata zerstören. Wie oft müssen Sie das machen? Denn bei Männern ist es ja offensichtlich so, dass schon mit dem Alter die Prostata anfängt zu wachsen. Gar nicht bösartig. Ich könnte mir also vorstellen, dass Sie sehr häufig vor dem Problem stehen, mit einer vergrößerten Prostata umgehen zu müssen. Ja, die Größe der Prostata ist das eine Problem. Die Ausdehnung des Tumors ist das andere Problem. Wenn zum Beispiel in der Biopsie, meinetwegen mit zehn oder zwölf Proben, alle befallen sind, dann geht man natürlich am besten auf die sichere Seite und sagt, ich versuche die gesamte Drüse zu behandeln, dann würde ich eher die TORP vorschalten. Wenn aber nur zwei Proben befallen sind und die liegen eventuell auch noch günstig, dann brauche ich diese TORP nicht zu machen. Dann kann ich mich mit dem Ultraschall in der fokalen Weise begnügen und habe genauso guten Effekt. Ja, und nach der Operation per Haifu, wie schnell ist dann der Patient wieder auf dem Damm? Der Patient fühlt sich schon am Abend des Eingriffs erstaunlich gut und wäre eigentlich am nächsten Tag schon entlassungsfähig. Wir behalten ihn noch einen Tag zur Beobachtung, weil wir sicher gehen wollen, dass das Wasserlassen anschließend auch zuverlässig gut klappt, bevor wir ihn aus der Klinik entlassen. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!